Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch allen geht's gut. Ich hoffe euch wurde nichts weggeweht gestern Nacht bei dem Sturm, also deswegen nochmal extra, ich hoffe ihr habt die Nacht gut überstanden. Ansonsten momentan traden wir bei ungefähr 40.300 US-Dollar. Wir hatten gestern doch nochmal einen rascheren Abverkauf. Ich habe eigentlich damit gerechnet, okay wir gehen jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen hoch, bevor wir dann nochmal einen Breakdown kriegen, aber nachdem gestern wieder irgendwelche News rauskamen, wieder geopolitisch viel, ich will jetzt da nicht näher drauf eingehen, sag ich mal, doch nochmal ein bisschen mehr passiert ist, sind wir doch nochmal runtergegangen und hatten unser Low-Bow ungefähr knapp unter 40.000 US-Dollar. Hier hatten wir noch unser ehemaliges Key-Level, sag ich mal hier, wo wir immer wieder Widerstand hatten, da sind wir jetzt dann gebounced, gleichzeitig hatten wir auch noch das 0,5er Fibonacci Retracement Level und was wir auch noch auf Tagesbasis, das ist jetzt auf dem 4-Stunden-Chart, haben wir auch noch einen intakten Abtrend, plus der Monats-Pivot lag hier auch noch in der Monats-Pivot, wurde nicht mit einer 4-Stunden-Candle drunter geschlossen, wir sind sogar hier noch mit dieser roten Candle drüber gewesen, die nächste ist dann zwar kurzrunde, wurde aber wieder rasch aufgekauft, also momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Was wird jetzt interessant? Also entweder, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, entweder wir testen hier nochmal diesen Abtrend, bilden dann einen doppelten Boden erst einmal, versuchen dann zumindest die Trendwende hier wirklich nochmal in diesen 43K-Bereich und kriegen dann nochmal einen finalen Rollover, einfach zu Beginn der neuen Woche, weil ich halte weiterhin hier dieses Golden Pocket auf jeden Fall für möglich, dass wir das nochmal antesten, der Bereich um 38.000 bis 37.500 US-Dollar. Ansonsten momentan wichtig, 0,5er muss halten, Monats-Pivot sollte halten und der Abtrend, also wir haben auf jeden Fall noch eine intakte Struktur, wir hätten jetzt damit auch erst einmal ein höheres Tief gebildet, somit hätten wir ein höheres Hoch hier oben, ein höheres Tief mit einem Abtrend, der sich weiterhin bildet, also es wäre hier die große Chance im Endeffekt für die Bullen, dass wir hier wirklich eine kleine Trendwende erst einmal hinlegen, bezweifle ich aber immer noch ein bisschen, also für mich ist weiterhin die Möglichkeit, dass wir hier erst einmal nochmal tiefer gehen in dieses Golden Pocket vielleicht und dann hier unten einen doppelten Boden bilden und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Natürlich muss da alles mitspielen, geopolitisch, was weiß ich, muss einfach alles passen, wir hatten auf einem 1-Stunden-Chart gestern noch eine Bullish Divergence, die habe ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht reingepostet, meine erste Order wurde auf jeden Fall abgeholt, hier am Monats-Pivot habe ich mir die reingelegt, beziehungsweise sogar ein bisschen tiefer, glaube ich war ich sogar, naja, ich glaube ich war sogar ein bisschen höher, auf jeden Fall die erste Order wurde abgeholt von meinen Long-Positionen, umso tiefer wir gehen, desto mehr werde ich meine Long-Positionen auf lange Sicht vergrößern, ist nur ein kleiner Hebel, einfach unter der Prämisse, ich will mir die Long-Positionen aufbauen, die nächsten würden dann hier unten in Richtung Golden Pocket liegen und liegen dann sogar bis unter 30.000 US-Dollar, da habe ich dann momentan jetzt erstmal meinen Stop-Loss gelegt, einfach weil wir das schon des Öfteren gesprochen haben, hier unten wäre auch nochmal eine Möglichkeit, sage ich mal, irgendwann einen Bound zu sehen, ich möchte jetzt erstmal nicht davon ausgehen, dass wir hier in Richtung 27k gehen, aber ich habe mich in dem Sinne abgesichert, ansonsten die erste Long-Position steht zumindest erst einmal, wir haben auch auf Tagesbasis, das können wir uns gerne mal ganz kurz angucken, damit ihr versteht, was ich meine, auf Tagesbasis deutlich geringeres Verkaufsvolumen nochmal gehabt, wir hatten ja erst diesen Week vorgestern gehabt, mit deutlich höheren Verkaufsvolumen, jetzt der nächste Week, der weiter runterging, viel, viel weniger Abverkaufsvolumen, deswegen müssen wir das jetzt auf jeden Fall mal im Auge behalten, wie es jetzt da weitergeht, Momentan sieht es auf jeden Fall erstmal gut aus, dass wir uns jetzt hier erstmal ein bisschen konsolidieren, vielleicht in dem Bereich zwischen 39.000 und 41.000 US-Dollar, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, erstmal hier ein bisschen Boden zu bilden, ansonsten, ihr kennt die Support Zone, haben wir oft genug darüber gesprochen, deswegen hätte euch das gestern oder so nicht sonderlich überraschen sollen zumindest. Gut, schauen wir uns Ethereum an, Ethereum, relativ gleiches Bild, wir hatten hier unser Doppeltop, welches aber ehrlich gesagt nicht so wirklich ausgespielt hat, klar, wir haben jetzt gestern, sind wir hier ein bisschen konsolidiert, um diese Neckline hier unten, haben aber auch hier unten dann keinen mega raschen Abverkauf gesehen, also wir hatten hier unser Low-Bow ungefähr 2750, jetzt sind wir gerade bei 2800 US-Dollar, ihr seht, ich habe das hier drüben immer noch drin, einfach weil die Chance weiterhin besteht, dass wir auch hier nochmal in das Golden Pocket oder so ganz 0786er gehen, so weit entfernt ist es nicht mehr, deswegen so lange lasse ich es drin, bis es dann wirklich invalider ist oder wir hier wirklich mal ein höheres hochbilden sollten. Was wir hier leider verloren haben, war der 200er SMA plus der Monatspeavit, das sind erstmal keine guten Zeichen, ansonsten der nächste kleinere Support kommt dann hier unten in die Area rein, bei ungefähr 2690 US-Dollar, also hier auf jeden Fall mal einen Blick behalten. Ansonsten gibt es bei Ethereum wenig zu sagen, Aerosize relativ weit unten, also hier wird es dann mal eher Zeit, dass wir doch ein kleines Reversal zumindest übers Wochenende sehen, problematisch ist halt dann, wir haben halt dann CM-E-Gip unter uns, das letzte haben wir gestern erst gefüllt, heißt natürlich nicht, dass das zukünftige dann auch gefüllt wird, aber müssen wir jetzt auf jeden Fall mal im Auge behalten, wie sich das jetzt so übers Wochenende verhält, werde ich euch natürlich in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden halten, und lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, und abonniert den Kanal, um zukünftig nichts mehr zu verpassen. So, gut, Cardano hält sich weiterhin hier an das Key-Level, hier hat leider, beziehungsweise ist weiterhin eigentlich eine 4-Stunden-Bullish-Divergence, die hat sich nur nochmal verstärkt im Endeffekt, aber gut, wenn Bitcoin weiter runter geht, bringt so eine Bullish-Divergence auch nichts, wir hatten dann hier nochmal ein größeres Kaufvolumen eigentlich, aber guckt euch diese Candle an, die war eigentlich im Endeffekt für den, ihr wisst schon was ich meine, trotzdem im Auge behalten, auch hier sieht es eher nach Reversal, zumindest heute im Laufe des Tages aus, zumindest mal in dem Bereich vielleicht von 1,07 Dollar, um hier die 4-Stunden-E-Mail-Ribbons erst einmal anzutesten, ansonsten sehe ich hier auch wenig Bewegung, wichtig ist, dass dieses Key-Level hält, nachhaltig zumindest, kurze Wix nach unten hatten wir hier drüben auch schon, aber das ist einfach diese psychologische 1-Dollar-Marke, die wir schon des Öfteren besprochen haben. Gut, schauen wir uns Solana an, Solana hatten wir gestern das Thema, 0,786er ist ein wichtiger Indikator hier im Endeffekt, wer hier eine Long immer bei einem Golden Pocket versucht, ich lege meinen Stop-Loss immer unter das 0,786er, hat hier auch perfekt gehalten, plus wir haben jetzt zusätzlich hier noch eine Bullish Divergence auf dem 4-Stunden-Chart gebildet, also auch hier seht ihr, erst einmal sieht es nach einem kleinen Reversal über den heutigen Tag aus, dass wir erstmal vielleicht einen kleineren Pump nach oben sehen, ob das da nachhaltig ist, will ich jetzt erst einmal bezweifeln, ansonsten 4 Stunden Bullish Divergence, plus dann ein schöner doppelter Boden, aber ganz ehrlich, danach würde ich nicht traden, für mich ist eher diese Bullish Divergence plus das 0,786er interessant für einen Einstieg, ansonsten schauen wir uns Luna auch mal ganz kurz an, auch hier nochmal durchs Golden Pocket runtergebounced, wir hätten hier auch eine kleine 4 Stunden Bullish Divergence, die sich aber mittlerweile schon ausspielt, also hier ist, finde ich, der Zug schon ein bisschen abgefahren, um jetzt hier noch irgendwelche Scalping Longs oder sowas zu probieren, ja, ansonsten wenig Bewegung hier, abfallendes Volumen, wir hatten gestern nochmal ein bisschen Abverkaufsvolumen, welches aber uns auch nicht wirklich tief damit gebracht hat, wie gesagt, kurz um das 0,065er, also um das Golden Pocket runter, und danach wieder rasch aufgekauft, also die Zeichen deuten momentan eher danach hin, dass wir heute im Laufe des Tages zumindest ein kurzes Reverse sehen, schauen wir uns Mana an, Mana hält hier auf jeden Fall das Key Level, wo wir schon das öfteren angesprochen haben, was extrem wichtig ist, 200er EMA wurde jetzt angetestet, die 4 Stunden EMA Ribbons sind noch bullish, aber die werden jetzt wahrscheinlich dann auch ins Bearische flippen, Volumen deutlich abfallend, vom RSI her haben wir auf jeden Fall noch Luft, Mana hat sich aber noch relativ gut gehalten eigentlich dafür, schauen wir uns noch Blocktopia an, auch hier wenig Bewegung, Key Level hält, wir hätten hier sogar noch ein tieferes Tief, also auch hier erstmal Bullish Divergence, wobei ich bei hier auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig wäre, ich habe ja Spot nachgekauft, aber bei Traden werde ich das Ganze ja nicht, Sand hat mittlerweile sogar sein Preistief von diesem Doppeltop erreicht, also man muss immer nur ein bisschen warten, wir hatten dann hier eventuell sogar den Retest, aber das war mehr hier Widerstand vom Abtrendkanal, ansonsten Preisziel wurde hier auf jeden Fall erreicht, deswegen können wir das jetzt hier erstmal wegmachen, Key Level hier unten hat gehalten, beziehungsweise diese 4 Stunden Demandzone oder 6 Stunden, was es war, ist erstmal wichtig, ansonsten, hier haben wir noch keine Bullish Divergence, tieferes Tief, tieferes Tief, also hier noch kein Zeichen einer Trendwende, wobei diese Coins sich generell schneller erholen, also hier kann man vielleicht ein Risiko eingehen, aber behaltet natürlich Bitcoin im Auge. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ganz kurz die News an, aus Binance Smart Chain wird B&B Chain, habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen, Link habe ich euch, glaube ich, schon in der Telegram-Gruppe reingepostet, ansonsten, einfach bei CryptoGuru vorbeischauen, und wenn nicht, ich glaube, ihr habt es eh schon mitbekommen, für die, wo zumindest auf Binance aktiv sind, ansonsten, wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende, genießt den Samstag, lasst euch nicht davon wehen, wir hören uns dann spätestens wieder in der Telegram-Gruppe, wenn irgendwelche Fragen sind, jederzeit anschreiben, ja, das war's, wir hören uns morgen wieder, und wie immer, Stay Crypto!